Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Mario Tennis Aces auf Nintendo Switch im Online-Turnier. Ich bin von Löher Gameplays als Hobby, beziehungsweise hier bin ich von Löher YouTube. Und ja, wir sind in Runde 3 angekommen. Schauen wir mal, gegen wen wir kämpfen dürfen. Mit Bau ist das immer anscheinend doch ganz gut dabei. So gesehen, das Viertelfinale. Mal gucken. Ach, Buhu. Mag ich überhaupt nicht. Fuck Jill oder so. Okay, schauen wir mal, wie wir uns schlagen. Jetzt geht's los. Ich hab Aufschlag. Oh, sag bloß, der hat auch schon wieder so eine schlechte Internetverbindung. Vielleicht komm ich dadurch ja... Vielleicht komm ich dadurch ja dann ins Hartfinal. Jawoll, Aufschlag erst. Oh, dieser Buhu nervt mit seinem Scheiß Drickschlagen. Ich hasse das. Oh, dieser Buhu. Oh, dieser Buhu. Oh, der Buhu nervt mit seinem Schmutz. Oh. Shit, ich war zu weit vorne. Nee, Buhu mag ich überhaupt nicht. Als Gegner zumindest nicht. Nein, da bin ich endlich mal wieder eine Runde 3 und dann sowas. Hm. Toll. War das nicht aus, wo dem sein Ball darunter gekommen ist? Meine Güte, das gibt's noch nicht. Scheiße. Scheiße. Das war voll aus. Das will ich nochmal sehen. Geht das nochmal? Ja. Nee, doch nicht. Schade. Das war eine Falschentscheidung. Meine Güte. Hm. Ich hasse Buhu als Gegner. Ich kann's nur wiederholen. Na gut, okay. So schön kann's gewesen sein. Okay, wir fangen direkt noch wieder mit dem nächsten Kampf ein und wir bleiben bei Bowser. Und los geht's. Gegner suchen. Der Milan mit dem Kettenhund. Ich frage mich immer wieder, wie der Kettenhund eigentlich zuschlagen will mit seinen Schläger. Ohne sich dabei irgendwie eine Gehirnerschütterung hinzuzuführen. Falls das Ding überhaupt ein Gehirn hat, ich weiß es nicht. Okay, ich hab Aufschlag. Was haben die alle immer so eine schlechte Internetverbindung? Kommen die Leute denn alle her, dass sie so eine schlechte Internetverbindung haben? Okay, er scheint, glaube ich, noch nicht so fit zu sein. Okay. , bitte kurzen. Halt! Oh ja! Oh, der hat sich jetzt nicht mehr angestrengt. Das hat man gesehen. Er ist einfach stehen geblieben. Tut mir leid, Milan. Dabei hat er viel mehr Energie gesammelt als ich. Okay, wir machen noch ein Match. Das ging jetzt auch ein bisschen alles zu schnell. Schauen wir mal, gegen wen wir kämpfen dürfen. Äh, spielen dürfen. Der Nichts... Äh, Nichts... Keine Ahnung, Nichts... Mit Mario. Schauen wir mal. Schade, dass er nicht mehr dabei steht, aus welchem Land die kommt. Ja, ich bin nicht mehr dabei. Oh, das Spiel. Oh, das Spiel. Was war denn das? Geht's doch nicht. Wo ist, Bowser? Lass dich durch mich auch nichts sagen. Geht's doch nicht. 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 kerle da kommt man doch nichts mehr machen es war viel zu weit scheiße wieder nur bis 100 zeigen kommen meine güte genauso wie boss hat er gerade guckt so fühle ich mich auch gerade na gut ok gutes spiel nix oder sowas keine ahnung ja das war von der gameplays als hobby mit mario tennis aces im online turnier auf der nintendo switch wenn es euch bis hierhin gefallen hat dürft ihr mir gerne daumen da oben da lassen oder ein abo falls ihr mich noch nicht abonniert habt und nichts verpassen wollt und dann sehen wir uns auch beim nächsten mal wieder ansonsten wünsche euch noch viel spaß bei mir auf der youtube seite mit meinen anderen videos und ja auf wiedersehen